Es geht hier wieder weiter am Höllentuppen. Und ihr freut euch bestimmt schon, oder? Sonne kommt wieder raus, es hat fast in Strömen geregnet. Habt ihr alle das Duschzeug gleich rausgeholt? Ja, alles cool? Klasse. Bei uns geht es jetzt hier wieder richtig ab. Eine Band, die, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da dran gekommen sind, aber auf jeden Fall wurde die sofort wieder vom Tisch weggebuckt. Die Jungs kriegen anschließend hier gleich eine kalte Suppe und ein warmes Bier. Damit die sich ein kaltes Bier leisten können, müsst ihr unbedingt mal da drüben in den Mördstadt nachher gehen und shoppen gehen und die geilen Platten, die wenigen geilen Platten da drüben kaufen. Soweit nochmal zum Ablauf. Genau, also aber erst hier zuhören, dann Platte kaufen. Die Jungs hier lassen jetzt mal das raus, was wir hier am allerwenigsten gebrauchen können. Nämlich die Wut. Lassen sie in den Berg, lassen sie dort und für euch jetzt Enojado! Lassen sie in den Berg! Lassen sie in den Berg, lassen sie in den Berg! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020